erst speichern dann bremsen dann hupen und dann noch schnell den kanal abonnieren und wir sind startklar ich bedanke mal hin da bremst jemand in letzter sekunde hinter uns alter gut etwa eng da hat womöglich der bremsassistent geholfen beide beamten grinsen erleichtert in den rückspiegel von uns auf der linken spur wechselt der hintermann brav mit blink signal die spur arbeitet hat der bmw fahrer nicht nötig der einsender schrieb mir zitat ich habe mich als polizeibeamter außer dienst natürlich nicht lumpen lassen aufgrund der fortgeschrittenen zeit drei uhr nachts mal die fahrtüchtigkeit der beiden fahrzeugführer zu überprüfen zitat ende zitat die überprüfung ergab dass es sich um zwei touristen gehandelt hat die sich in der funktionsweise dieser e-roller sowie den hier geltenden verkehrsregeln unsicher waren niemand wurde verletzt zitat ende wusstet ihr dass alle kraftfahrzeuge über dreieinhalb tonnen zum beispiel lkw und busse die innerorts rechts abbiegen auf straßen wo mit rad oder fußgänger verkehr gerechnet werden muss nur noch schritt geschwindigkeit 7 bis 11 km h fahren dürfen bewusst wahrgenommen habe ich so etwas noch nie zumindest nicht tatsächlich so langsam wie hier und bauer sein freut sich wieder ein ast gleich vorweg arnon räumt ein fehler sind auf beiden seiten passiert und ich persönlich wird wieder mit dem juden alten rechtsfahrgebot argumentieren ja aber die aktion vom smart ist auch echt einfach apfelmus aber nicht der gute von oma sondern einer der zu lange in der sonne stand und er drängelt ja da direkt weiter nutzt die kleinste lücke also ich weiß nicht die hier er hier Aber Abstand hat er. Ey, Anne, also sich da zum Abbiegen anstellen, woher soll man denn bitte die Zeit dafür nehmen? Da spare ich lieber zwei Wagenlängen, riskiere einen Unfall und biege von der Mitte mit ab, wahr? Wow, ist alles klar? Klar, man muss ein LKW nicht mit 200 Sachen überholen, aber deutlich schneller als 80, 90 kmh sollte man schon sein, sonst staut sich hinter dir alle zusammen. Beweisstück A haben wir hier. Wie ein buntes Lichtermärm. Für all Lichteschein. Alter, sie hat doch frei gefahren! Was, ein Blockierer? Wer kommt ins Video? Alter, hinter mir ist doch Riesenschlange! Was macht dieser Eigo? Langsamster Rotlichtverstoß des Jahres, oder was soll dit hier werden? Doch niemand hier bringt Marken und kriegt ihn hin. Das Szenario, meine Frau, ein Leverkopf. Ich bin schon 100 kmh gesprungen, haben mich anwesiert, doch nie. Was machst du da? Was machst du da? Dump oder was? Mir würde höchstens noch einfallen, dass von uns nur der Rechtsfahrende und vom Querverkehr die Linksabbieger grün hatten. Dit würde ja zusammen funktionieren. Aber erkennbar ist das nicht und ich denke, unser Einsender wird die Kreuzung wohl kennen. Wow! Also ganz ehrlich, der schleicht sich da links ein ab. Mark denkt sich dann, gut, ich muss eh runter, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Und dann, ach man, Mark sieht ein, hätte nicht sein müssen. Aber ich verstehe so ein bisschen. Richtig sein Ernst? Nee. Jetzt weiß ich natürlich schon, dass Mark sich wieder einiges anhören müssen wird. Am Ende war er auch recht flott und so weiter. Aber wir nehmen ja immer durch die Gesamtsituation was mit. Und heute ist es, wie so oft, früh einordnen, Abstände einhalten, rechtsorientieren. Danke! Ach ja, Thema mitnehmen. Klipp ist sieben Jahre alt, da ist die Qualität verkraftbar. Situation ist fahrschulreif und immer wieder wichtig im Kopf zu behalten. Alter, das willst du nicht erleben. Ganz egal, ob du schuld bist oder nicht. Du willst nicht für den Tod von irgendwem verantwortlich sein und schon gar nicht für den eines Kindes. Mein Vater hat mal einen Hund überfahren, der riss sich los und sprang noch samt Leine vors Auto. Sowas vergisst du nicht und es tut dir unendlich leid. Deshalb sind 30 in 30er-Zonen, Schritttempo in Spielstraßen und Fahren auf Sicht so unglaublich wichtig. Bitte macht immer in Ruhe, wenn ihr irgendwie so Autos parken seht. Heißt nicht schleichen, aber Augen auf- und bremsbereit bleiben. Vorhang auf für die, die das ganze Ding hier überhaupt möglich machen. Das sind die, die mir Clips schicken. Also ihr, ja, genau die, dessen Namen hier aufgeführt sind. Bauer sein Justin und Thomas, die geben heute wieder Vollgas. Trexo, Arnon und Anni machen das ganze Spanni. Also, also spannend, verstehst du? Christian, Anne, Funmaus, die bringen den Fun ins Haus. Matze, Georg oder George, whatever. Lilly, Mark, Matt, Kugel und Matze ziehen dabei ne lustige Fratze. So nämlich. So nämlich. So nämlich. So nämlich.